Mit 20 Minuten Verspätung begann das Spiel des Bayern-Liga-Spitzenreiters bei den Würzburger Kickers. Die Spielfeldung Weiden steckte auf der A3 in einem Stau fest. Irgendwie schien sich das im Stau stehen auf die Spielqualität der Oberpfälzer niedergeschlagen zu haben. Denn was die Blau-Schwarzen in den ersten 30 Minuten ablieferten, war eines Tabellenführers nicht würdig. Wir haben ja 5 Minuten Zeit gehabt, uns umzuziehen, ein bisschen aufzuwärmen. Dann hat uns der Schiri sogar noch zusammengeschissen, weil er gesagt hat, um 20 pünktlich und nicht hier zögern. Also das war schon ein bisschen Stress. In dieser Phase, Mitte der ersten Hälfte, war es vor allen Dingen Pascal Kamholz, der die Weidener einige Male vor Problemen stellte. Das eine Mal zielte der Kickerstoiger knapp vorbei. Bei der zweiten Aktion wurde sein Schuss aus der Drehung vom Weidener Keeper Florian Schürenberg entschärft. Als Dank dafür wurde Pascal Kamholz beim nächsten Angriff Brüde von den Füßen geholt. Wie aus dem berühmten Nichts ging die Spielvereinigung in Führung. Die Flanke von Abdel Haag köpfte Alexander Geiger ungestört ins Kickersgehäuse. Mit diesem 0 zu 1 für die Gäste wurden auch die Seiten gewechselt. Im zweiten Durchgang hatte der Spitzenreiter die Rothosen besser im Griff, schaffte es aber zunächst nicht, seine zahlreichen Chancen zu verwerten. Stefan Zimmerhagel war wiederum einer der Besten bei den Unterfranken. In der 65. Minute konnte der Kickerskeeper Abdel Haag nur mit einem Foul stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Andreas Schumacher sicher zum 0 zu 2. Nach vorne zeigten die Würzburger in dieser Spielhälfte nicht viel. Die Bemühungen waren da, aber die alleine reichten nicht. Während in der Schlussminute der regulären Spielzeit der Kickerskeeper ein weiteres Male gut mitspielte, schafften seine Stürmerkollegen in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer. Pascal Kamolz erhöhte damit seine Bilanz auf fünf Tore. Es hat heute einfach, vor allem in der zweiten Halse, spielerisch leider nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, wie wir auch das spielen können. Das haben wir in den letzten Spielen bewiesen und von daher geht das hier ganz klar in Ordnung heute. Die Kickers jedenfalls brauchen die Köpfe nicht hängen zu lassen. Gegen andere Gegner werden sie die nötigen Punkte schon holen.